Andi und Mani von Creative Shootings So, hi, ich bin's Mani, der Andi, ja, wir sind heute unterwegs zu einer freien Arbeit mal, in einem coolen Footballspiel und wir dachten einfach, wir nehmen euch mal mit als Video mal wieder. Wurde auch mal Zeit, schon lange nichts mehr von uns gehört. Das stimmt. Und jetzt, ja, kommt einfach mit. Wir gucken mal, was wir da so machen. Wir haben einiges vor. Wir gucken mit hinter die Kulissen. Wir wollen ein Portrait-Shooting machen. Wir wollen das Spiel an sich fotografieren. Also nichts Spannendes, einfach Langweile pur. Mal gucken, was sich da noch so ergibt. Wir werden riesen Spaß haben. Das wissen wir jetzt schon, oder? Also, ja. Oh, ich muss aufpassen. Und ja, seid einfach dabei. Bis gleich. Ciao. Ja, hier zeige ich euch jetzt einmal, wie ich so ein Timelapse-Video mache, weil wir haben mal hochgeguckt. Die Wolken sind mega geil. Dann ist hier vorne Action am Spielfeld. Und ich dachte, ja, über die Zeit des Spiels lassen wir jetzt einfach mal ein Timelapse-Video laufen. Und ich zeige euch einfach mal, wie ich das hier einstelle. Ich arbeite da Timelapse mit der 550D, weil da Magic Lantern drauf ist. Ich habe vorne da drauf ein ganz simples Fischei von Valimax. Da muss man, wenn man mal von hier oben guckt, guck mal her, muss man hier noch die Blende und die Schärfe alles manuell einstellen. Aber das ist ganz einfach. Also ich habe jetzt hier Blende 16 gewählt und die Schärfe auf Unendlich, weil ich ja eh riesenweite Fläche haben will. Und jetzt gucken wir uns mal hinten die Einstellungen an, die ich treffe. Und zwar kommt man in Magic Lantern rein, wie man das installiert. Da gibt es sehr viele YouTube-Anleitungen. Wenn das einmal installiert ist, über die Löschen-Taste, kommt man hier in Magic Lantern rein. Und wenn man da oben in den Menüs auf Shoot geht, gibt es hier die Option Intervallometer. Und das ist genau die, die wir brauchen. Um da Detaileinstellungen zu machen, können wir hier auf das Q klicken. Und hier kann man sehen, was ich eingestellt habe. Ich lasse das Ding jetzt alle 10 Sekunden im Bild machen. Das startet nach 2 Sekunden. Und wir machen 1200 Bilder. Und ja, das ist eigentlich schon alles. Wenn ich da jetzt loslege, fängt die Kamera an, Bilder zu machen. Was wir hier nochmal sehen wollen, die Blende 0 wird mir angezeigt, weil das Valimax kein automatisches Objektiv ist. Das ist halt die Blende, die ich vorne eingestellt habe. Blende 16. Ich bin auf ISO 200 und ein Hundertstel. Das Bild ist dann leicht überbelichtet. Ich mache mal einfach eins. Ja, aber ich muss halt davon ausgehen, ich mache jetzt drei Stunden lang Bilder. Wenn sich hier Wolken zuziehen oder was, wird es eventuell dunkler. Ich nehme alle im RAW auf. Da ist eine 32 GB Karte drin. Und im RAW kann ich das dann eh noch genau so einstellen, dass das passt. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Lassen die drei Stunden durchlaufen. Und im Anschluss kriegt ihr mal das Timelapse noch mit eingeblendet. Nur so eine Musik, weil hier so ein geiler Fotograf abgeht. Ja, wer warte. Das war's für heute. Läuft, oder? Scheiße, ja, äh, scheiße. Zeig mal, zeig mal. Irgendwie alles, alles dukel, weiß ich auch nicht. Ist schwarz, mach mal ISO höher. Ja, ey, ich bin schon auf 3200, ey. Scheiße, jetzt erstmal googeln, ey, Einstellungen, oder? Hast du eine Anleitung dabei? Von der Canon? Ja, hinten bei den Sachen, oder? Äh, ja. Ich guck mal in der Anleitung. Scheiße. Keine Ahnung, mach noch mal eins, nur zum Gucken. Irgendwie, das ist, glaube ich, weil da so viel Sonne ist. Keine Ahnung, Mann, ich guck mal schnell. Sonne, Sonne! Hey, voll die Action hier. Ja, Sportfotografie ist schon ein faszinierendes Gebiet, worauf man achten soll. Man sollte ein bisschen von dem Spielgeschehen Bescheid wissen, was da passiert. Dann ist es einfacher, die richtigen Szenen rauszufinden. Schnelle Verschlusszeiten wären von Vorteil. Und immer mit einem Auge auf das Spielgeschehen, ein Auge auf die Einstellung. Und eigentlich kann man loslegen. Ich habe meistens eine große Blende, eine 2.8, damit ich die Spieler oder die Szenen ziemlich freigestellt kriege. Nach Möglichkeit auch kleine ISO, um das Rauschen zu unterdrücken. Aber unter dem freien Himmel, bei so einem Wetter, ist das eigentlich kein Thema. Ja, und einfach vielleicht noch eine Automatik, um schnelle Serienbilder zu ermöglichen, da die Schärfefindung der Kamera meistens bei dem zweiten Schuss richtig sitzt. Und wenn man... Muss man halt ein paar Fotos mehr machen, um das richtige Bild zu haben. Ja, wie der Andi gerade schon sagte, hier bei der Sportsfotografie ist eigentlich das Wichtigste, dass man das Spiel kennt. Dass man weiß, was so wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Um so ein Bild, wie ich euch jetzt am Anfang gezeigt habe, zu machen, wo der Spieler den Ball fängt, muss man ja schon da stehen. Und man muss wissen, dass jetzt wahrscheinlich gleich ein Pass kommt. Das ist beim Football eh immer etwas schwerer. Aber das Wichtige ist halt, dass man sich drauf einlässt und dass man auch mal über die Kamera hinweg guckt und aufs Spielfeld achtet. Das ist mein besonderer Tipp. Okay, was ihr hier seht, das ist der Zweifach-Extender, den wir auch manchmal nutzen, von Sigma. Und ja, den kann man einfach draufschrauben zwischen Kamera und Objektiv, wie ihr hier seht beim Andi. Und das ist ein Zweifach-Extender, der verdoppelt die Brennweite quasi. Also wir machen aus dem 70-200, machen wir jetzt hier ein 140-400. Das Negative daran ist, man verliert halt Licht. Das heißt, man kann jetzt nur noch mit der kleinsten Blende von 5-6 fotografieren, statt Blende 2-8. Und das merkt man natürlich auch. Aber draußen bei der Sonne, passt schon, durch die Brennen für die Längerung, dadurch, dass wir 400 haben, haben wir diese Freistellung auch automatisch. Auch bei Blende 5-6. Das ist schon eine coole Sache. Und das coole ist, man kommt halt nochmal wesentlich näher dran. Ja, soviel zu unserem Extender. Und dabei entstehen solche Szenen. Warte, ich hoffe, man kann es erkennen. Sonst blenden wir gleich ein. Aufforschen! 2-5! 3-5! 3-5! 3-5! 4-5! 4-5! 4-5! 4-5! Ja, jetzt ist gerade Halbzeit. Wir sitzen hier. In der Halbzeit wird sich gestärkt, so wie sich das gehört. Lecker Wurst. Und hier haben wir auch schon mal einige Bilder zu sehen. Und das, was der Andi macht, ist auch ganz wichtig. Er postet jetzt erstmal ein Bild. Denn Social Media ist einfach wichtig, oder? Andi voll in Action. So, das Spiel ist inzwischen voll am Laufen. Und was auch am Laufen ist, ist hier unten meine kleine Timelapse-Aufnahme. Wir können einfach mal zwischendurch mal reingucken. Ich glaube, das sind jetzt schon locker, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden oder so. Die vergangen sind, seitdem wir das angestellt haben. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal auf die Kamera. Und, ja, wie ihr seht, es läuft immer noch. Damit das auch so lange läuft, habe ich hier einen Batteriegriff dran. Da sind zwei Akkus drin. Und, ja, ich hoffe, man kann es erkennen. Hier seht ihr mal das aktuelle Bild, das angezeigt wird. Hier läuft die Zeit runter bis zum nächsten Bild. 3, 2, 1 und wieder ein Bild. Alle 10 Sekunden und wir haben jetzt schon 853 von 1100 Bildern, die ich eingestellt habe. Ja, wir lassen einfach weiterlaufen und gucken, was am Schluss bei rumkommt. Okay, jetzt sind wir auch mal dran. Probieren wir es einfach mal, oder? Jawohl. Also, Achtung, Andi. Hot, hot, hot. Jawohl. Touchdown. So, das Spiel ist inzwischen zu Ende, aber jetzt fängt für uns der zweite Teil an, auf dem ich mich auch schon sehr gefreut habe. Wir werden nämlich ein paar richtig coole Spielerportraits machen. Wie ihr hinter mir seht, ist der Andi schon am aufbauen. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, und da werden wir gleich richtig coole Portraits machen, mit Blitz, mit allem. Als Hintergrund haben wir uns hier ausgesucht. Ich schwenke mal schnell rüber. Hier der Teil quasi so, also ohne Tote an den Seiten, damit wir wirklich einen schönen, sauberen Hintergrund haben. Und, ja, mal gucken, was es wird. So, wie gerade schon angesprochen, sind wir jetzt schon beim Portraitshooting. Wir haben uns einen Spieler draus gesucht, haben unsere Blitze hier auf dem Platz aufgebaut. Und, ich nehme euch einfach mal mit, zeige euch ein bisschen das Set, was wir da machen, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, guckt einfach zu, ne? Gut, jetzt mit Ball. So, ich erkläre euch mal ein bisschen hier unser Set. Also, wir blitzen von beiden Seiten mit zwei harten Lichtern, als Streiflichtern. Die sind hier mit so einer Valimax Power Station betrieben. Und dann haben wir von vorne meine Jimba, die FL-500, FL-2 500, mit einer 90er-Oktabox. Da haben wir eine Wabe drin, damit das Licht schön gerichtet ist von vorne. Die sind auf voller Power, die Wabe von vorne. Und hinten, die Blitze sind auch relativ stark. Ich glaube, nicht auf voller Power. Und geben halt von der Seite so ein schönes Streiflicht, wie ihr nachher auch auf den Bildern sehen werdet. Der Andi fotografiert von hier vorne mit dem 24-105. Wir sind bei 160, ISO 100, Blende 11. Ja, und jetzt gehen wir einfach mal ein paar verschiedene Posen durch. Mit Ball, ohne Ball, mit Helm. Und versuchen, ein cooles Bild dabei rauszukriegen. So, und guckt hier auf den Bildschirm. So sieht das dann nachher aus. Komplett Out of Cam. So, jetzt machen wir das nächste Set. Wir wollen jetzt mal probieren. Ein paar actionfreiche Bilder haben freigestellt. Aber trotzdem mit Blitz. Dazu haben wir uns überlegt, wir gehen hier auf 1.600. Auf Blende 2.8. Und trotzdem mit Blitz. Und durch die schnelle Verschlusszeit, durch den Blitz, können wir dann Sachen einfrieren. Und ich werde mir dann mit dem Spieler ein paar Bälle zuwerfen. Der Andi fotografiert. Dass wir einfach ein paar actionreiche Bilder haben. Schön freigestellt, Blende 2.8. Ja, und ich würde sagen, ihr guckt wieder zu. Ich stelle die Kamera auf den Boden ab. Und dann könnt ihr uns ein bisschen über die Schulter schauen. So, jetzt sind wir schon bei unserem dritten Set. Und da haben wir eine ganz besondere Bildidee gehabt. Und zwar steht der Spieler da einmal sich selber gegenüber. Einmal im Anzug und einmal im verschwitzten Spieleroutfit. Und ja, das haben wir folgendermaßen gelöst. Ich zeige euch das mal. Oh, wie der Akku ist leer gegangen. Du bist auf dem Knopf drauf gekommen. Und dann hast du einfach weiter gemacht, ohne es zu merken. Ne? Wirklich Akku? Ich soll das jetzt hier erklären, wie wir es gemacht haben? Na gut, okay. Ich zeige euch am besten am Rechner, was wir uns dabei gedacht haben und wie wir es umgesetzt haben. Bis gleich. Also dieses Bild war die Idee, die ihr gerade kurz auf dem Platz gesehen habt. Martin hat ja schon angeschnitten. Ein Football-Spieler, der sich selber gegenüber steht in einem seriösen Anzug. Wie haben wir es gemacht? Wichtig vielleicht zu erwähnen ist, dass es auf jeden Fall vom Vorteil ist, wenn die Kamera auf einem Stativ platziert ist, dann ist die Montage umso viel, viel einfacher und geht eigentlich in Sekundenschnelle. Die Ausbelichtung oder die Belichtung des Bildes fand, da die Frage vermehrt aufgekommen ist, war eigentlich unspektakulär. Wir haben drei Blitzen ausgeleuchtet, von rechts und links. Hinten für die Schreiflichter waren zwei 400 Wattsekunden Blitzköpfe von vorne, weil ein Jingbei gehabt, mit einer Octabox und einem Grid drin. Ich glaube, es ist ein Jingbei 300 mit, der war auch volle Leistung. Das war die Beleuchtung. Die Bilder, die dabei entstanden sind oder die Ausgangsbilder für dieses Composing waren, einmal dieses und auch einmal dieses, beziehungsweise dieses. Und das haben wir zusammen zu einem Bild zusammengesetzt und nach einer klitzekleinen, kurzen Bearbeitung wurde dieses Bild draus. Es, ja, ich wollte das Bild schon, ich hatte das so im Kopf, ich wollte es schon länger, länger machen. Es hat sich halt jetzt die Gelegenheit ergeben und ich finde, es ist ein tolles Bild geworden, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und vor allem, was mir wichtig war, dass es genauso rausgekommen ist, wie ich es haben wollte. Vielen Dank auch an Higi, der den Spaß mitgemacht hat, der nach einem 90-minütigen Spiel, wo er voll durchgespielt hat, sich die Zeit genommen hat und dann auch noch in schicke Klamotten geschmissen hat. Und einfach vielen Dank dafür. Ja, das war's. Und jetzt gebe ich zurück, ich glaube, wir haben noch was zu sagen. Bis demnächst. Euer EOS Andy. Das war's. Das Shooting geht zu Ende. Jetzt noch die Bildbesprechung mit unseren Models, damit die schon mal ein paar Bilder zu Gesicht kriegen. Machen wir das immer ganz gerne, mal ein paar Bilder out of cam zeigen. Ja, wir sind soweit hier fertig und bauen unser Set hier jetzt ab. Und, ja, jetzt geht's ans Retuschieren, ne? Ja, der Tag ist um, ne? Der Tag ist um. Es war richtig geil. Wir haben viel geschafft. Leider keine Bilder gemacht. Wir haben die Speicherkarten zu Hause vergessen. Genau. Und Andi den Akku. Und Deckel waren auch noch auf den Objektiven. Naja, aber wir waren da. Ja, hat voll Spaß gemacht, ey. Ihr könnt euch auf schöne Bilder von uns freuen. Nee, war richtig geil. Wir haben alles geschafft, was wir wollten. Wir haben das Spiel fotografiert. Wir haben ein Timelapse nebenbei gemacht. Geile Porträtbilder. Action-Porträtbilder mit offener Blende und Blitz. Dann haben wir gemacht das Porträtbild mit Anzug. So ein Gegensatzbild, was der Andi sich vorher ausgedacht hat. Und normale Spielerporträts haben wir auch noch gemacht. Ein erfolgreicher Tag. Ein geiler Tag, oder? Ja, das war echt... Hat Spaß gemacht. So können eigentlich die Sonntage immer sein. Ja. Ihr habt uns jetzt mal begleitet. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach. Uns hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Alles klar. Servus. Ciao. 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 Ciao.